Wir sehen uns auf Reitschuster.de Kein geringerer als Prof. Dr. Christian Drosten war heute vor dem Untersuchungsausschuss des Brandenburgischen Landtages, in dem es um die Corona-Politik geht. Hätten wir eine funktionierende Medienlandschaft, dann wäre das jetzt großes Thema, würde darüber gesprochen. So wird es fast totgeschwiegen. Nur die Lausitzer Rundschau und die Märkische Oder-Zeitung haben darüber Berichte und die sind hinter einer Bezahlschranke. Der gleiche Bericht ist das jeweils, also das ist völlig identisch. Und wer da nicht Abonnent ist, kann das gar nicht lesen. Und diese Berichte, die lesen sich eigentlich weniger als ein Protokoll oder eine Geschichte darüber, was da passiert ist. Die lesen sich eher wie Abrechnungen mit der AfD, denn die AfD war es, die diesen Corona-Untersuchungsausschuss durchgesetzt hat und da auch federführend war. Ich war heute nicht dort, aber ich habe einen Mitarbeiter hingeschickt und der war heute im Brandenburgischen Landtag. Es war eine lange Geschichte, weil er durfte nicht auf die Pressetribüne, weil er keinen bundeseinheitlichen Presseausweis hat. In meinen Augen problematisch, denn eigentlich ist der Journalistenberuf ja frei und ich habe ihm ja auch bestätigt, dass er für mich dort hinkommt. Also er durfte nicht auf die Pressetribüne, durfte deswegen auch keine Film- oder Fernsehaufnahmen machen, konnte man aber ohnehin nur ganz am Anfang. Er war dann in einem anderen Raum des Landtags, in dem er die gesamte Befragung in der Übertragung sich ansehen konnte. Das ging nur im Landtag, nach außen wurde nicht übertragen. Ja, und ich habe jetzt gerade schon mit ihm gesprochen, da hat er kurz schon mal seine ersten Eindrücke mir geschildert und ich mache später dann noch einen Bericht, ein Interview mit ihm. Max Kittan wird er nochmal schildern, was er da heute erlebt hat und wie das war. Jetzt aber schon mal zwei Interviews, die er geführt hat. Der wollte auch den Dr. Drosten interviewen, was nicht geklappt hat, hatten wir auch angenommen, dass das nicht funktioniert, aber Dr. Drosten ging auch gar nicht durch den normalen Ausgang raus. Vielleicht durch die Garage ist ja auch sein gutes Recht. Und jetzt zwei Interviews, die Max Kittan mir mitgebracht hat. Einmal mit Viviane Fischer, Rechtsanwältin vom Corona-Ausschuss, einer privaten Initiative, die sich sehr kritisch mit der Corona-Politik auseinandersetzt. Und dann das zweite Interview mit Lars Hünig, Mitglied des Brandenburgischen Landtages. Bei der AfD und er ist dort sozusagen federführend für die AfD in diesem Ausschuss. Was mir der Max Kittan schon erzählt, er sagte, die Fragen kamen hauptsächlich von einer Partei, von den anderen nicht ganz so viel. Und er sagte auch, dass der Vorsitzende dann bei manchen Fragen, ist von der SPD der Vorsitzende, die nicht zulassen wollte oder auch nicht zuließ, weil er sagte, er hat wenig mit Brandenburg zu tun. Aber das bespreche ich dann alles in dem Kollegen-Gespräch mit dem Max, das später hier erscheinen wird. Jetzt schon mal die beiden Interviews. Schauen Sie sich die an. Alles Gute und Hinweis, mein YouTube-Kanal ist ja gesperrt, darum dieses Interview wieder für alle frei. Laden Sie es hoch auf Ihrem Kanal. Schauen Sie es sich nicht nur selber an, empfehlen Sie es auch in Kommentaren. Machen Sie darauf aufmerksam, dass es im Moment eine Sperrung gibt. Und ein Kanal, wo Unterstützer alles hochladen und wo man wirklich alles bekommt, hoffe ich, wo die alles übernehmen von mir, das ist reitschusterlehrzeichen.de. Also die große Bitte, auch bekannt machen, dass dort im Moment die Unterstützer alles hochladen. reitschusterlehrzeichen.de. Wer da ein Abo da lässt oder darauf hinweist, dass man dort, hoffe ich, alles findet, der würde den Sensoren von YouTube ein großes Schnippchen schlagen. Ich habe mich heute getroffen mit Rechtsanwalt Steinhöfel und mit Henrik Broder. Und es sieht jetzt so aus, dass wir rechtliche Schritte gegen YouTube umgehend einleiten. Die Beschwerde wurde nämlich zurückgewiesen. So, das war's. Diesmal auch kein Backstage. Ein ernstes Thema ist jetzt die beiden Interviews. Alles Gute, danke, ciao. Und wie gesagt, jeder kann das hochladen. Rechte sind freigegeben. Danke, ciao. Mit welchen Eindrücken sind Sie heute aus dem Untersuchungsausschuss herausgekommen? Frage an Vivian Fischer, Anti-Corona-Politik-Aktivistin vom Corona-Ausschuss. Ach Gott, ja, mit gemischten Gefühlen, muss man sagen. Also zum einen ist es ja schon sehr gut eigentlich, dass jetzt Herr Drosten sich da auch mal vor einem Untersuchungsausschuss äußern muss. Allerdings ist es so, dass das Thema eben doch so komplex ist, dass es eben, sagen wir mal, für Abgeordnete, die da Fragen stellen, weil es dürfen ja in diesem Untersuchungsausschuss wirklich nur Abgeordnete Fragen stellen, eben sehr schwierig ist, auf die ganzen Windungen von ihm dann eben sehr schnell mit sozusagen wissenschaftlicher Fachkenntnis zu reagieren. Also das ist eben nicht ganz einfach. Aber es gab schon einige sehr faszinierende Äußerungen von ihm. Also zum Beispiel, dass er mit Herrn Fauci nur entfernt persönlich bekannt ist. Das ist schon faszinierend, wo die ja doch relativ viele E-Mails ausgetauscht haben, wie er jetzt bei diesen geleakten E-Mails da zusammen zu sehen ist. Und er ja auch bei Viren, also Testentwicklungen auch in früheren Jahren auf jeden Fall immer schon mit ihm in Kontakt gestanden haben, gestanden sein muss. Fahne es zu den Fragen der Abgeordneten kritisch genug? Also ich glaube, man hätte den noch mehr in die Enge treiben können. Also was ich sehr bemerkenswert fand, das war das im Prinzip von, ich glaube, Seiten von CDU und SPD. Kann sein, dass da ein, zwei Fragen gestellt wurden. Aber ansonsten hat wirklich ausschließlich die Opposition, also die Freien Wähler und die AfD, Fragen gestellt. Also AfD sehr viele Fragen. Und ja, also das heißt, der hatte eigentlich relativ wenig Gegenwind, also auch jetzt so aus Regierungsseite, wo also auch überhaupt gar keine Neugier zu sein schien, eben mal die näheren Hintergründe für diese Pandemie sozusagen oder für die Diagnostik in diesem Bereich zu erfahren. Das war irgendwie schon echt seltsam. Hast du irgendwelche neuen Erkenntnisse heute gewonnen? Ja, eigentlich nicht wirklich, weil das, was er kennt, was er gesagt hat, ist eigentlich schon das, was man so kennt. Und ja, ein paar Aspekte, das müsste man sich jetzt nochmal ein ganz bisschen genauer anschauen. Also wir haben das alles mit stenografiert. Insofern werden wir auch in der Lage sein, kurz danach eine Auswertung von der ganzen Geschichte vorzunehmen. Da gab es nochmal einen Vorfall wegen Masken. Wie wertest du das? Also hast du jetzt hier ursprünglich der Vorsitzende gesagt, dass wir nicht reingürfen, Maskenattest, die wurden ja nicht mal aufdrückt, die wurden ja komplett verboten. Ja, das war eigentlich auch eine sehr faszinierende Angelegenheit. Also ich denke, es wird auch noch eine rechtliche Konsequenz haben. Also wir sind ja, wir haben ja einen Maskenattest, der Dr. Für mich und ich und andere auch, die hier waren. Und wir haben das auch angesprochen, dass wir das eben haben. Und dann wollte man uns direkt rausschmeißen, ohne die Atteste eben anzugucken. Und dann sind wir eben, also habe ich also wirklich unter Protest für den kurzen Weg rein eine Maske aufgezogen, die sie dann da hatten. Also das habe ich noch nie zuvor gemacht. Aber ich dachte, die Sache ist es vielleicht wert. Mir wurde auch schon so halb schwindelig. Ja, ich habe mich dann da reingeschleppt, weil ich kann es wirklich nicht tragen. Und dann war es so, dass nach kurzer Zeit mitgeteilt wurde, dass wir auf den Sitzen überhaupt gar keine Masken tragen brauchen. Also völlig absurd. Da weiß auch die rechte Hand nicht, was die Linke tut. Und natürlich ist es so, dass man auf den Sitzen keine Maske tragen muss. Und ich denke, auch mit einer Allgemeinverfügung hat hier die Präsidentin vom Landtag nicht das Recht, den Leuten, die ein medizinisches, medizinisch fundiert eben ein Gutachten haben, eine Maskenbefreiung haben, eben hier aufzuerlegen, dass sie gleichwohl eine Maske tragen müssen. Also es geht gar nicht. Letzte Frage, jetzt für die Zukunft. Also glaubst du, dass dieser Untersuchungsausschuss irgendwelche Konsequenzen haben wird oder zu was wird das führen? Na, ich denke, man ist ja sehr stark bemüht. Also was jetzt auch an der Verhaltensweise von dem Herrn Keller, das ist der Vorsitzende einer von der SPD, zu sehen war, der immer wieder sozusagen Fragen verhindert hat oder immer Herrn Drosten gesagt hat, ach, darauf müssen Sie jetzt vielleicht nicht antworten oder es wurde vorhin schon gesagt und so weiter. Da ist man sehr bemüht, die Sache, glaube ich, glimpflich für die Regierung ausfallen zu lassen, mit möglichst wenig kritischen Fragen und Erkenntnissen. Und vor dem Hintergrund würde ich mir jetzt von diesem Untersuchungsausschuss nicht so schrecklich viel versprechen. Aber ich denke, wobei ich natürlich jetzt nur den Eindruck habe, aus der Drosten-Sitzung, und ich glaube, bei Wieler war das schon interessanter, nachher spricht ja noch die Gesundheitsministerin hier und vielleicht ist doch möglich, dass man den einen oder anderen auch was festnageln kann an Ungereimtheiten. Aber trotzdem würde ich mir nicht so schrecklich viel davon versprechen. Ich denke, wahrscheinlich muss man einen weiteren Untersuchungsausschuss machen oder insbesondere auf Bundesebene dann einen Untersuchungsaufschuss über das Gesamtgeschehen. Eine feine Nachfrage noch, und zwar, es wurden ja auch viele allgemeine Fragen gestellt, die in den Theatern, wo er auch der Vorsitzende wieder eingegriffen hat. Aber allgemeine Fragen betreffen halt auch alle, also nicht nur irgendein Bundesland, sondern verschieden. Also ja, wie findest du da die Reaktion von den Anfängen? Naja, natürlich ist es so, dass das hier auf Brandenburg gemünzt ist, aber letztlich ist ja Brandenburg genauso die Allgemeinheit wie eben andere Länder und auch für die Brandenburger ist relevant zu erfahren, auf welcher diagnostischen Grundlage sie eben hier teilweise in Quarantäne geschickt werden oder eben ihre Geschäfte schließen müssen. Das betrifft ja jeden. Und vor dem Hintergrund muss das auch allgemein erörtert werden. Und man kann nicht immer nur sagen, okay, betrifft dies jetzt das Labor in Brandenburg oder eben woanders. Ja, wenn die zum Beispiel die Allgemeine so ist, dass die fast alle die Labore eben, wenn man dann nachfragt, eben auf einem CT, bei einem CT-Wert von 40 erst irgendwie den Cut-Off machen. Und jetzt die Einschätzung von Lars Hünig, der für die AfD-Fraktion im Untersuchungsausschuss sitzt. Hier seine Eindrücke von der Drosten-Befragung. Also den gibt es ja schon seit ein paar Monaten eingesetzt, haben wir diesen Untersuchungsausschuss am 23.09.2020. Jetzt ist die Situation natürlich, dass immer jeden Monat nur eine Sitzung anberaubt wird. Das macht die Mehrheit der Ausschussmitglieder. Und deswegen sind wir jetzt eben in der vierten Sitzung, die öffentlich ist, wo öffentliche Anhörung stattfindet. Aber geben tut es ihn schon länger. Okay. Wie haben Sie jetzt den Herrn Drosten heute wahrgenommen? Grundsätzlich war der ja so, dass er ganz gerne geredet hat. Also die Fragen, die wir ihm gestellt haben, gerne auch beantwortet hat. Und es ist sogar so, dass der Ausschussvorsitzende, der natürlich sehr gerne unterbricht, trotzdem, wer das tut, ja, Herr Drosten, bereit war, weiter zu antworten. Das ist ja schon erst mal für uns ein gutes Zeichen, dass zumindest jemand über drei Stunden Rede und Antwort steht. Ob das immer die Antwort ist, die man erhofft, ist eine andere Frage. Aber zumindest steht er Rede und Antwort. Welche Fragen fanden Sie vom gesamten Parlament okay und welche nicht so gut? Also waren es nur kritische Fragen gestellt worden? Ja gut, das Parlament hat ja außer wir nicht wirklich viele kritische Fragen gestellt. Die Freien Wähler haben noch meiner Ansicht nach zwei, drei gute Fragen gestellt. Das, was ich interessant fand, ist die Frage nach diesen CT-Werten oder nach dieser Viruslast. Und wenn man da genau hinhört, muss man ja fragen, warum wird die Viruslast nicht schon längst überhaupt angegeben? Weil das wäre ja die Frage der Infektiösität. Das würde ja bedeuten, dass wir ganz viele Leute in Corona Haft genommen haben, obwohl sie gar nicht infektiös sind. Und das ist die Frage, die eben zu stellen ist. Und das ist auch die Frage gewesen, was ich auch merkwürdig finde, dass es über 100 PCR-Tests gibt, die allerdings alle überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind, weil sie irgendwie doch andere Werte liefern. Das halte ich schon für eine ganz wichtige Aussage da heute. Genau, also welche Erkenntnisse haben Sie aus dieser Anhörung bezogen? Naja, also für uns Brandenburger ist natürlich die ganz große Erkenntnis, dass Herr Drosten ja in dem Brandenburger Pandemieplan drin steht. Herr Drosten aber mit der Regierung überhaupt gar keinen Kontakt hat. Aus unserer Sicht wäre das doch entscheidend gewesen, dass die Regierung sich hier beraten lässt und dass auch das Parlament beraten wird. Aber anscheinend gibt es hier überhaupt gar keine Kontakte. Das ist also etwas, was uns irritiert. Und dann ist eine Frage zum Schluss gewesen, da ging es um die Testmöglichkeit der Immunität. Da widerspricht er quasi dem Professor Wieler vom RKI, der gesagt hat, es gibt keine Möglichkeit, die Immunität zu testen. Aber das werden wir natürlich erst in sechs Wochen sehen, wenn wir das Protokoll haben und dann genau nochmal rausschauen können. Viele Fragen, die gestellt wurden, waren ja allgemeine Fragen und nicht auf Brandenburg bezogen. Ja. Weil natürlich auch diese ganze Situation nicht nur auf Brandenburg bezogen werden kann. Genau. Wie urteilen Sie das? Naja, das ist natürlich der Hintergrund. Wir wissen, dass der PCR-Test ist natürlich die Basis von allem und das muss irgendwie untersucht werden. Das ist aber das Problem, was wir haben. Wir versuchen hier eine Aufklärung generell, haben aber die Situation, wir müssen uns immer zu Brandenburg beziehen. Das ist manchmal schwierig und auch der Ausschussvorsitzende hat natürlich Spaß daran, das zu unterbrechen. Welche Antworten waren überraschend von Herrn Drosten, den Sie bekommen haben und welche haben Sie erwartet? Naja, ehrlicherweise so überraschend waren die Antworten ja nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Es sind komische Sachen aufgetreten. Er hat am Anfang eben gesagt, ganz, ganz am Anfang in der Einleitung hat er davon gesprochen, dass er bei der Charité arbeitet, hat aber von seiner Arbeit bei dem Labor nichts erzählt. Auch die Erklärung, dass er mit dem Herrn Land nicht wirklich bekannt sei, das ist auch nicht ganz so richtig. Also das sind Sachen, die muss man eben nochmal nachlesen. Da muss man auch sagen, nach drei Stunden Befragung ist es schwierig. Aber sobald das Wurz-Protokoll da ist, können wir die Sachen nochmal nachlesen und dann wird es nochmal genauer werden. Wie sieht es in Zukunft aus, also in den nächsten Wochen und Monaten? Wird es da weitere Erkenntnisse? Ja, also wir werden natürlich Staatssekretäre weiterladen. Wir haben jetzt als nächstes Jahr die Gesundheitsministerin von Brandenburg. Also hier sind, bleiben wir dran. Interessant war zum Beispiel, dass er im Pandemieplan drin steht, aber überhaupt nicht wusste, welche drei Labore denn überhaupt in irgendeiner Art und Weise da dran beteiligt sind. Also die werden wir natürlich auch nochmal laden. Ja, das war's. Vielen Dank an Max Kitan, der heute exklusiv für meine Seite im brandenburgischen Landtag war. Leider konnte er Drosten nicht für ein Interview gewinnen. Er konnte ihn nicht mal finden. Den hätten wir auch gerne zu Wort kommen lassen. Auch der Ausgewogenheit wegen. Und deshalb hier nochmal ganz klar das Angebot. Herr Professor Drosten, Sie können jederzeit hier ein Interview geben. Und ich würde mich sehr freuen, auch Ihre Ansichten hier breit darzustellen. Leider gibt es ja keine Aufnahmen aus der Anhörung selber. Schauen Sie sich den Artikel auf meiner Seite an. Da ist auch viel, was Max Kitan berichtet hat. Und etwas später hier auf der Seite dann noch das Kollegengespräch mit Max Kitan. Das ist sicher spannend. Da bekommen Sie noch mehr Eindrücke aus dem, was heute im Brandenburger Landtag geschehen ist. Alles Gute. Danke wieder. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.